Ja, Hallöchen, ich bin's nochmal. Wir sind jetzt hier an einer alten Bahnschranke, Bahngleiseanlage angekommen mit dem Rad. Da ist die Franzenberry, sie hat sie schon umgezogen für den nächsten Videodreh. Hier geht's weiter, da hinten ist praktisch die Eisenbahnbrücke, die kann ich euch ja auch gleich mal zeigen. Das ist ein wunderschöner Ort hier. Hinter mir ist sozusagen auch Wald, also richtig tiefer Wald. Seht ihr da selbst? Richtig krass. Ich habe mich mal so ein bisschen mehr beschäftigt damit, was könnte meinem Kanal gut tun. Und ich denke mal, Gaming tut meinen Kanal aktuell nicht gut. Ich verliere immer mehr Zuschauer, ich verliere immer mehr Abonnenten. Und ja, mir geht's nicht um die Abonnenten, aber ich will euch zufriedenstellen, Leute. Und da hinten ist diese Eisenbahnbrücke, ich halte es mal ein bisschen höher. Lied man das? Aber nicht, blende ich nachher mal ein Foto ein. Aber das ist richtig krass. Und dementsprechend werden jetzt mehr Videovlogs folgen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt hier mit dem Handy filme und euch darüber informiere. Ja, seid gespannt, was demnächst alles erscheinen wird auf meinem Kanal. Ich fährt natürlich nicht so viel, fliege, hier ist ein Misthaufen hinter mir, nicht so viel machen können. Da ich ja auch beruflich tätig bin und zwölf Stunden teilweise arbeiten muss. Franzi spinnt hier gerade ein bisschen rum auf den Bahngleisen, bis einer weint. Und ich würde sagen, ich stolziere noch ein bisschen auf den Bahngleisen. Und das ist richtig geil. Richtig cool, Leute. Jo, ich freu mich, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Und ich bin erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Peace, euer Flosch. Ciao.